Moin moin und herzlich willkommen zu Teil 20 des Path of Exile 3.0 Beta Let's Plays. Und zwar, was machen wir als nächstes? Ich habe in der Zwischenzeit mal die T4 Maps gefarmt. Eine Weile gedauert, aber das wollte ich euch nicht zumuten. Das nächste Interessante auf der Liste ist das Unlocken der weiteren T4 Maps. In der richtigen Reihenfolge. Zuerst machen wir Acid Lakes, weil Acid Lakes brauchen wir, um eine Pit Map zu finden. Acid Lakes Map of Rust. Ja, das ist in Ordnung. Wir haben sogar drei Coins, das heißt, wir können vielleicht ein bisschen Zusatzquantity auf die Map kriegen. Joa. What the fuck? Ah, ich starte das Spiel mal neu und bin gleich wieder da. Ah. Mann, oh Mann. Audio-Bug. Das ist das erste Mal, dass es in der Beta passiert. In der letzten Beta hatte ich das, glaube ich, auch ein paar Mal. Aber ja. Gut. Acid Lakes. Auf geht's. Kann sein, dass ihr nebenbei wieder diese Whoops hört. Ich habe ein paar mehr Suchen jetzt, ähm, eingerichtet. Diesmal auch noch für ein paar Caster-Ringe. Den hier habe ich zum Beispiel recht günstig aufsammeln können. Fire Damage. Den werde ich so schnell wohl nicht ersetzen. Den könnte ich aber wahrscheinlich gut verkaufen. Mit dem Fizz Roll, mit dem Life und relativ viel Resi. Aber ja. Den brauche ich aktuell noch. Sonst haben wir zu wenig Resi. Hier müssen wir natürlich sicherstellen, dass wir alles umhauen. Weil wir aktuell halt noch auf die Map-Drops angewiesen sind. An Ordinary Life, An Ordinary Death, Marked by an Extraordinary Rebirth. Haha. Okay. Das war easy. Okay. Wir haben wahrscheinlich auch genug HP um... Wow. Und eine Xenna. Krass. Eitel. Pretty good. Wir waren da gefreezed. Aber anscheinend... Ich weiß nicht, ob das mein Castwall-Channeling-Firestorm war oder der Castwall-Damaged-Taken-Firestorm. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich... Dass der Castwall-Channeling-Firestorm ausgelöst hat, obwohl ich gefreezed war. Man hat die Channel-Animation ja auch gesehen, also... Wäre lustig, wenn das der Fall wäre. Ich brauche noch ein Gürtel mit Flask-Charges. Damit meine Movement-Speed-Flask besser funktioniert. Ich habe nämlich ab und zu Downtime. Und da wir keinen Movement-Skill wirklich benutzen können mit diesem Build, sind wir auf den Movement-Speed von der Flask angewiesen. Ich habe schon 30er Schuhe gefunden. Also das hilft schon mal ungemein. Volatile. Volatile. spätestens mit dem six link wird es dann auch so sein dass wir einmal mit dem scorching ray über die leute drüber ziehen können und dann stirbt alles am burn damage haben relativ viel k-speed im vergleich zu dem letzten schaden ich gespielt habe das heißt der damage beim rüber ziehen sollte noch erheblich besser sein als letztes mal und wir werden überlebt kriegen was natürlich auch noch mal 40 prozent quasi ein zusätzlicher support gem ist der dürfte uns eigentlich nichts anhaben können der boss gravey hat maps brauchen wir jetzt nicht mehr corrupting blood corrupted bloodline Hm, hm. Nice. Hm? Okay. Deswegen ist Atoll so genial. Zero Monsters remaining. Man kann einfach alles schön ablaufen. Oh, diese Monster, die machen gut Schaden. Und dann nebenbei immer auf meine Woops gucken. Das wird mit der Zeit weniger, weil ich nach immer besserem Gear gucken kann. Das heißt, ich kann die Schranken ein bisschen nach oben setzen. Aktuell habe ich im Grunde nur so und so viel Life und dann alle Items, die kommen. Welche Map braucht? Kann hier noch eine Map kommen? Mesa ist das hier, glaube ich. Also wir könnten noch eine Mesa gebrauchen. Mesa ist das hier, glaube ich. Tausende Effekte sind und unserer Cast when Damage taken macht alles kaputt. Das ist noch ein Commander. Einzelne Commander sind wiederum ein bisschen schwierig, weil die D-Gen Effekte von denen sind recht stark. Aber ja. Ziemlich chillig, der Bild. Wie viele Graveyard droppen hier denn? Junge, Junge. Gut, Tiff hier kann auch nur Graveyard droppen, aber... Holy Shit. So viele Graveyard habe ich in Graveyard nie bekommen. Graveyard war richtig heftig. Das hat ewig gedauert, bis ich da mal Academy gefunden habe. Und ich musste ständig zurück in Zua oder sogar andere Maps, um wieder Graveyard zu finden, weil ich keine gefunden habe. Das war ein bisschen nervig. Oh, Bearers. Bell Century Vierer. Oh, ich mussガ çevvere pallieren. Kinda leer, glaube ich. Der Gärchen ist ganz schlimm. So was das zu schmeao, Taschen über nur gutível. Ja, ne was Qua fiat an. Chudi sind ganz klar. längst Sch programmieren. Was? Holy shit! What? Holy shit! Oh, Augmentation. Da hab ich so wenige von aktuell. Cartographers. Yes. Mesa. Fuck. Holy shit, da ist noch einer? Da ist noch einer? Oh my god. Please. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. 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 Der Boss ist ein bisschen nervig. Oder ständig wegläuft. Das gekoppelt mit der erhöhten Boss-HP in der Beta. Ganz schön ätzend. Gut. 80 bis 100. Coldress. Äh. Ah, ich haus einfach 5 Chaos rein. Und dann... Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Xof's Heart. Ha! Das ist gut. Mesa Map. Oh, haben wir die beim End-Boss gekriegt? Fett, fett. 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 Wie viel ist das wohl wert? Increased Fire Damage. Max Life. Fires. Könnte ich sogar anlegen. Ja. Der ist besser als das Crap-Ding, was ich habe. Hör. Upgrade gefunden. Und wenn wir dann, ähm, mit der Xof Essence, dann kriegen wir nochmal ein besseres Amulett. Und Xof Essenzen sollten nicht so teuer sein. Nice, nice, nice. Also, hier haben wir eine Mesa. Und wir hatten irgendwo einen Pit. Das heißt, wir haben schon vier T5-Maps. Und der Rest ist im Grunde unwichtig. Ja. So, das war Acid Lakes. Wir haben beide Maps gefunden in Acid Lakes, die wir finden wollten. Einmal Pit und einmal Mesa. Ähm, dann können wir jetzt... Phantasmagoria laufen, damit wir eine Primordial Pool finden. Und dann schalten wir die Waste Pool frei. Und da kann auch eine Primordial Pool droppen. Ähm. Hm. Tja. Das ist in Ordnung. Bei dieser Map. Okay. Ja. 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 Na ja. Ja. Na ja. 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 Na ja. Ich würde sogar sagen, dass wir die Monster-Spawns abwarten Auch wenn das ein bisschen länger dauert Aber wir haben nicht unendlich viele Phantasmagorias, sodass wir einfach durchrennen können Die können doch was droppen, oder? Können die was droppen? Wird ich jetzt mal drauf achten, ob die was droppen können Oh, nice Bisher haben die noch nichts gedroht Noch eine Senna? What? Okay Gerne doch Ähm, Oasis Standing Tones Stones Time Limits Slay the Corrupted Boss Okay, der sollte uns nichts anhaben können Wir rennen einfach direkt zu ihm Obwohl, wir können die Map auch clearn So lange sollte das nicht dauern Wir müssen ja nur den äußeren Ring clearn Wenn's eng wird, rennen wir einfach von Standing Stone zu Standing Stone Sollte passen Ich bin jetzt nicht da, will die Ah, da ist er schon Primordial Pool Mit diesem Map-Tier sind wir erheblich glücklicher als mit dem letzten Das hier geht ja richtig gut von der Hand Obwohl Sana keine guten Tier 5 Maps angeboten hat zum Verkauf Und mit guten Tier 5 Maps meine ich natürlich Primordial Pool und Pit Aber die haben wir jetzt beide schon gefunden Richtig gut Und mit dem Tier 5 Maps angeboten hat zum Verkauf Und das Ding ist ja auch die Primordial Pool ist in der Sana Map gedroppt Das heißt, hier kann ja auch jede Es hätte ja auch jede andere T5 droppen können Die eine, die wir brauchten, ist gedroppt Holy shit, wie viele Totems sind hier denn? Um... Tja, 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 Tja. Tja, Tja, Tja. Tja, 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 Tja. Tja, Tja, Tja. Tja, Tja, Tja. Tja, Tja, Tja. Tja, 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 Tja. Tja, Tja. Tja, Tja, Tja. Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja. Tja, Tja, Tja. Tja, 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 Tja. das war erfolgreich die ausbeute war nicht gut primordial pool der nur ein chaos wert wenn überhaupt taste of hate ja dann können wir die restlichen t5 maps freischalten ich fange mal an mit ah ne nicht t5 es wäre fast in die hose gegangen ich fange mal an mit welche maps brauchen wir denn noch ok burial chambers hätten wir noch gebrauchen können aber da brauche ich glaube ich drei phantasmagoria und die traden eine burial chambers das heißt das ist in ordnung wir fangen an mit dungeon als spider leer haben wir schon und wir brauchen aber noch eine dunes die könnten uns aber auch zur not kaufen fangen an mit dungeon das ist wieder ein ekliges layout wir haben auch endlich das fireball problem gelöst das heißt unsere beiden fireballs sind jetzt auf unterschiedlichen level das heißt wir haben aktuell den maximalen single target damage output den wir haben können also für den aktuellen skill punkt stand und ascendancy stand der geht natürlich noch viel höher wenn wir eine art series flask haben und wenn wir uber lab fertig haben und dann können wir noch zwei art series catalyst anlegen dass wir jetzt noch eine art series das war schon das war schon das war schon ich weiß noch nicht genau wo wir zins gehen wahrscheinlich richtung letzten live klasse den wir mitnehmen werden damage output brauchen wir nicht wirklich aktuell das heißt ich habe lieber die live dauert zwar eine weile bis wir dann da sind aber auf dem weg sammeln wir auch noch ein paar nützliche sachen auf können uns gerade mal angucken es wäre wahrscheinlich hier dank empfänger auf der weiber mitnehmen bringt uns zwar nicht wirklich was könnten auch könnten auch hier oben lang skill effect duration ist natürlich eine feine sache für uns aber elemental elements sind natürlich auch ziemlich ätzend burn ist kacke für uns freeze ist kacke für uns schock geht solange wir nicht gewonnen schaltet werden dann könnte man nämlich hier oben lang das muss ich mir noch überlegen mal erst mal so weiter weil der damage over time schaden ist mir im grunde egal ich will im ende ich will eigentlich nur meine hits vergrößern die bringen uns dann mehr live leech okay diesen blitz dingern sollte ich vielleicht ausweichen mhm wer war hier auch noch der boss weiß ich gar nicht mehr dungeon war das protos war das ich bin woher war das ist ich bin Holy fuck. Son of us? No. Okay, aber wir gehen doch erstmal zurück, keine Ahnung, irgendwas habe ich ausgelassen. Oh, ja. Irgendwas habe ich ausgelassen. Ah, shit. Da unten ist doch noch was, oder? Nein. Oh man, ich hasse solche Maps. Fuck. Das muss hier oben irgendwo sein. Ah ja, da. Ah, shit. Jetzt sehe ich es. Oh man. Dunes. Nice Nice, nice, nice Ah, muss mal Zwei Zeilen machen So, die wäre Freigeschaltet, die uns haben wir gefunden Villa haben wir schon Ähm, lass mal gucken Tier 5 Haben wir, haben wir Haben wir Burial Chambers haben wir noch nicht, aber ja Ähm, Tower haben wir auch schon Okay, welche Tier 4 Müssen wir noch freischalten Villa, Academy Und Waste Pool So, ähm, Vielen Dank. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal kurz Waste Pool. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal kurz. Nee, ich mag die Map nicht. Oh! 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 Oh Soap. 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 Der macht doch bestimmt wieder ab, normalen Damage, oder? Das geht sogar. Ja, ja, der Merc Lab Movement Speed ist ganz nett in solchen Maps. Movement Skill wäre natürlich besser, aber dann haben wir erheblich weniger Leech, weil uns ein Castman Damage Taken Setup fehlt. Außer wir kriegen einen, ähm, Unset Ring. Das wäre natürlich Connös. Soap. 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 Vielen Dank. Physical Damage. Das können wir wohl machen. Ah, whatever. They came for a night and a bit. Okay. 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 15 auf 16 beide. ist der hier und der hier. Die sind aber noch beide auf 16, also müssen die erstmal gestoppt werden. Oh, das ist die Arena. Die Viecher machen so viel Schaden, man. Das ist abnormal. Diese Caustic Bombs. Junge, Junge. Junge, Junge. Junge. Junge, 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 Junge. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh mein Gott, die Flask Card remove life from Mana. Oh shit. Die muss ich austauschen, die muss ich rerollen. Das geht gar nicht. Deswegen habe ich Mana-Probleme. Ab und zu. Okay. 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 Eine Monster-Gruppe noch. Kein Map-Drop. Verdammt. It is good to see you. Ah, viel life. Aber nichts anderes. Spell Damage, Cold to Spells, Crit, Crit Multi. 317, Wahlregal, ja. 3 Flat Ears, oh my god. Ist kein Resi drauf. Und, äh, Warchief Totems braucht, äh, extrem viel Resi. Okay. Deswegen... Ist der nix wert. Ähm, was haben wir hier? Crap. Na, hier können wir jetzt mal gucken. Ähm... Ist so ein Prefix offen. Hm. Was kann man da noch drauf machen für Caster? Kann man noch... Uh, das ist Hybrid Spell, der Merge. Aber... Aber leider kein Crit to Spell, sondern nur Crit Chance. Also haben wir nur ein Crit Multi. Aber der Crit Multi-Role ist nicht schlecht. Am oberen Ende von Tier 2. Sollen wir da jetzt noch Spell Damage drauf craften? Da haben wir mindestens... Gucken wir mal, was der Wert ist. Also wir haben... Spell Damage. Können sogar Coal to Spells mit reinnehmen, aber wir gucken erst mal ohne. Ha. Okay, wir müssen... Also es gibt aktuell nur einen Dagger, der da drin ist. Ich werde den einfach mal für 5 Chaos reinstellen. Vielleicht will den jemand. So, was haben wir hier für Maps gekriegt? Grotto, Beach. Oh, shit. Okay, dann haben wir nur noch eine Map zu laufen. Und dann sind wir erst mal durch. Aber... Da ist auch schon wieder eine Stunde am Laufen, die Aufnahme. Jetzt mal durchrushen hier. Aber was heißt durchrushen? Wir müssen... Wir müssen eine... Peninsula finden. Ah, schon wieder vergessen Die Mana Flask Die Mana Live Flask Die Mana Flask Die Mana Flask Die Mana Flask Das war's. 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 So dreckig. Das war's. Das war's. Ein Pack noch wahrscheinlich. Auch kein Map Drop. Das war's. 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 Das war's.